Dankeschön! Na Martin, wir haben was ganz, ganz Besonderes mitgebracht und zwar unser neues Album. Das ist ein Freitag auf dem Markt. Das kann man hier vorher kaufen. Und wenn man das hier kauft, bekommt man was ganz, ganz Spezielles jetzt. Und zwar, das bekommt man nur hier. Basti und man zeigen das mal eben. Es ist ein exklusives Coaster, das man nur hier bekommt. Nur hier bei uns, wenn man sich das Album kauft. Are you ready? 1, 2, 3, Dreh dich, Dreh dich! Wie ein Fuster! Hey! Tolle Katze hochgebracht. Das war ein ganz, ganz neuer Style. Wir zeigen es euch. Alles, was wir sehen. Das ist klar, was da oben rauskommt. Habt ihr auch die Fanbox? Die Fanbox gehen jetzt auch. Wir haben eine Fanbox-Geschneid abgebracht. Die Fanbox ist schon weg. Und die ist leider schon rausgebracht. Okay. Das war das ZD. Man bekommt nur die ZDs. Natürlich persönlich wurden uns unterschrieben. Und wir machen jetzt weiter mit den ZDs. Ja, bitte. Danke. Ich weiß, was wir für eine Felsourge expandiert sind. Die ist kneeya DH-Hoooo CH-Es fest. Das hat michereich. うわ أنst du stayed rapport. nein, wir gewannnt. Juste nicht, nicht zuwer centimeters... wurde von einmal hat! Auch Hörbe trainer.